Ladies and Gentle Trucks, seid ihr alle bereit fürs Piggy 500 Rennen? Wir sind bereit, wir sind total bereit. In wenigen Minuten werden wir erfahren, welches Team genug Speed und auch Schweineschmalz hat, um diesen wunderhübschen Pokal zu gewinnen. Entschuldigung, aber ich und Slop, wir sind das einzige Team hier und deshalb sind wir vermutlich wohl auch die Gewinner. Eik, Eik. Sie können uns den Pokal also gleich überlassen. Entschuldigung, aber Sie können nicht... Jetzt gibt es ihn schon wirklich mehr. Netter Versuch, ihr Schummler. Aber wenn ihr den Pokal wollt, dann müsst ihr schon gegen uns antreten. Also dann, Leute. Alle Rennfahrer und alle Rennschweine an die Startlinie. Das ist ja eine tolle Idee, Zippy. Blaze, AJ, wollt ihr mit uns das Rennen fahren? Komm schon, Blaze. Wir machen mit. Okay, fahren wir ein Rennen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Krusher und Slop führen das Feld an. Aber nicht mehr lange. Blaze, Dala und Sippy liegen dicht hinter ihnen. Was, sie liegen dicht hinter uns? Oh, na los, Slop. Tun wir, was wir am besten können. Schummel. Pass auf. Oh nein, sie haben die Brücke zerstört. Macht's gut. Und dieser Schummler. Like Ike. Hm, wir können zwar nicht rüberspringen, aber vielleicht können wir uns stattdessen ja rüberschwingen. Mit einem Pendel. Ein Pendel. Kommt sofort. Hurra! Helft mit, das Pendel zu schwingen. Ruft Pendel. Pendel! Sippy dachte, er wird Erster. Doch nun wird er nur Letzter. Wir haben gewonnen. Super gemacht, Leute. Ladies und Gentle Trucks, die Gewinner des Piggy 500 Rennens sind Starla, Blaze, AJ und das unglaublichste Rennschwein der Welt, Sippy. Sippy, Sippy. Sippy. Sippy.